Ein Berliner Feuerwehrmann hat eine angebliche La-Ola-Welle gemacht und den vorbeifahrenden Bauern bei den Protesten in Berlin zugeklatscht. Jetzt erwartet ihn ein Disziplinarverfahren. Moin zusammen, ich bin Olli, wenn du neu bist, jetzt ein Abo dalassen und du kannst es dir wirklich nicht mehr ausdenken, was hier im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat, passiert. Da bekundet, ja, er ist ein beamteter Feuerwehrmann, aber seinen Zuspruch und das ist offensichtlich nicht in Ordnung. Denn wenn wir uns das Ganze hier im Tagesspiegel angucken, sehen wir das Verstoß gegen Neutralitätsgesetz. Berliner Feuerwehren begrüßt Bauern mit Beifall und La-Ola-Wellen. Und ich dachte immer, so eine La-Ola-Welle müssten mehrere Leute für sein. Wie kann denn der eine Person machen? Aber gut, das Video ist viral gegangen mit 9000 Aufrufen, die es erzielt hat. Aber trotzdessen 9000 Aufrufe und schon hast du ein Verfahren in diesem besten Deutschland, das es jemals gegeben hat, offensichtlich am Laufen. Und man sieht das hier, da kommen die vorbeifahrenden Traktoren und der Mann ist hier gerade in seiner Feuerwehrkluft rausgegangen aus dem Feuerwehrgebäude, wo auch die Fahrzeuge stehen. Auch Blaulicht am Laufen haben, allerdings ohne Geräusch, nur das Licht ist an. Und er geht dann halt hin und klatscht ein bisschen überschwänglich und macht die ein oder andere Kniebeuge mit den Armen nach oben. Vielleicht war ihm aber auch einfach nur kalt und er hat auf die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel gehört, dass man ja Kniebeugen machen soll und klatschen soll. Man weiß es noch nicht ganz genau. Aber es ist wirklich absolut albern, Leute, was hier passiert. Wie es hier heißt, erst Beifall, dann La-Ola-Wellen. In Berlin-Wittenau hat ein Feuerwehrmann der dortigen Feuerwache vorbeifahrenden Bauern in ihren Traktoren auf ungewöhnliche Weise seine Sympathie bekundet. Der Fall beschäftigt nun auch die Leitung der Berliner Feuerwehr. Zitat, die zuständige Fachabteilung prüft den Sachverhalt nun, um zu klären, inwieweit hier ein Verstoß gegen beamtenrechtliche Regelungen vorliegt. So ein Feuerwehrsprecher. Tja, Leute, da muss man schon wirklich aufpassen. Wie heißt es so schön? Bestrafe einen, erziehe viele. Und genau das passiert hier doch gerade wieder mal. Wisst ihr, Leute, dass sowas, wegen sowas jetzt irgendwelche Ermittlungen stattfinden und hier geprüft wird, ob da ein Verstoß gegen die von mir aus geltenden beamtenrechtlichen Regelungen vorliegt. Und dann sollte man, wenn man sich hier die Kommentare am Tagesspiegel doch aufmacht und sich das Ganze auch mal anguckt, was hier kritisch auch berechtigt geäußert wird, gilt dieses Verfahren auch für Polizisten, die den Klimaklebern Jacken und Decken bringen, weil es ihnen doch so bitterkalt wird, solange sie festgeklebt sind. Das beispielsweise ist doch schon mal eine berechtigte Frage, die hier an der Stelle gestellt werden muss. Das haben wir doch bei verschiedenen Demonstrationen, welche die ja gemacht haben, gesehen. Nein, das war ja ebenfalls eine noch stärkere, will man so sagen, Unterstützung, anstatt nur am Rande zu stehen und zu klatschen. Oder wie ist das mit Polizisten, die auf CSD-Demonstrationen, sind ja auch Demonstrationen, mitgetanzt und gefeiert haben? Ist das ebenfalls strafrechtlich oder überhaupt rechtlich, beamtenrechtlich, nicht strafrechtlich relevant? Muss da ebenfalls ermittelt werden? Was ist mit der Hissung dieser Regenbogenflagge? Was ist mit Polizeiautos, die mit dem Regenbogensymbol drapiert werden? Ist das ebenfalls beamtenrechtlich nicht in Ordnung? Muss da ebenfalls eine Ermittlung eingeleitet werden? Es gibt hunderte solcher Beispiele, wo das passiert, wo es aber eben nicht gegen unsere Regierung, gegen die Ampelkoalition geht. Und da ist das dann offensichtlich alles in Ordnung und wird eben nicht verfolgt. Aber sobald es gegen die Obrigkeit geht, da muss das Ganze dann verfolgt werden? Ich finde das schon sehr, sehr bedenklich, in was für eine Entwicklung wir uns hier mittlerweile bekehren haben. Oder sehe ich das falsch? Schreibt es mal gerne unten rein. Apollo News hat ebenfalls über dieses Thema hier berichtet, wie wir sehen können. Und wenn wir uns das Ganze hier angucken, dabei war Berlin beim Thema Beamtenneutralität in der Vergangenheit sehr großzügig. Auch als es um Lehrer und Fridays for Future ging. Ja, die Situation haben wir auch noch als schönes Beispiel dazu zu sehen, wenn man sich überlegt, was da mit den FFF-Kandidaten immer passiert ist und dass die Lehrer das Ganze unterstützt haben, dabei waren, schon sehr, sehr krass. Hier steht drin, die zuständige Fachabteilung überprüft das Ganze, wie gerade gelesen, sagt der Sprecher zum Berliner Morgenpost. Grundsätzlich seien Beamte während des Dienstes zur Neutralität verpflichtet. Tatsächlich definiert das Berliner Beamtenrecht die Pflicht der Beamten zur Neutralität. Sie müssen sogar bis in das Private hinein politische Zurückhaltung üben. Und wir wissen ja auch von verschiedenen C-Demonstrationen, wo der ein oder andere Beamte, Schrägstrich Polizisten waren es ja auch, war und dann ebenfalls ein Verfahren da bekommen hat, weil er sich auf der Demo dann auch auf der Bühne geäußert hat. Ich komme leider gerade nicht mehr auf den Namen. Ich meine, er war sogar auch irgendwie bekennender Grüner oder sogar aktiv bei den Grünen und wurde dann versetzt irgendwo in den Innendienst ins Archiv im Keller. Und solche Aktionen, die da stattgefunden haben. Aber hier, das wird freilich manchmal großzügiger ausgelegt. Zur Zeit der großen Fridays for Future-Demonstrationen empfahlen nicht nur die Lehrergewerkschaft GEW, ihren Mitgliedern an den Demos nach Möglichkeit teilzunehmen. Zitat, die Bewegung der Fridays for Future trägt die Bedrohung der Welt durch den Klimawandel erfolgreich in das öffentliche Bewusstsein und fordert die Politik zu entschlossenem Handeln auf. Die GEW Berlin unterstützt die Proteste, hieß es damals von der Gewerkschaft. In ihren verbeamteten Mitgliedern gab sie hilfreiche Tipps wie stelle einen Antrag bei der Schulleitung für eine Exkursion mit deiner Klasse zur Demo und lieferte mit der Grünen Bundestagsabgeordneten Rottmann direkt kostenlose grüne Rechtsberatung für die Beamten mit, wie sie hier schreiben. Dienstrechtliche Konsequenzen hatte dies für keinen Lehrer. Mehr noch, die Berliner Bildungsverwaltung setzte für Schüler, die an den Freitagsdemos teilnahmen, sogar die Schulpflicht aus. Tja Leute, es gibt halt gleich und gleicher. Wenn man sich das wieder mal auf der Zunge zergehen lässt, ist es wirklich sehr, sehr krass. Und jetzt mal im Ernst, wem hat der Mann denn damit irgendwie geschadet oder sonst was? Man könnte ja vielleicht noch darüber diskutieren, wenn das jetzt ein Video, was 100.000, 500.000, vielleicht sogar eine Million oder mehr Aufrufe hat, dass sich zahlreiche Leute darüber echauffiert haben und das Ganze gemeldet wurde. Aber hier nochmal, bei 9.297 Aufrufen, die kann man an der Stelle wirklich nur belächeln, nicht mal 10.000 Aufrufe, was soll denn das? Es ist wirklich an Lächerlichkeit nicht mehr zu übertreffen. Aber man muss ja wirklich dazu sagen, ich habe auch zahlreiche Menschen gesehen und ich weiß nicht unbedingt von deren Jobs. Aber wir haben gesehen, dass auch zahlreiche, ich sage mal, normale Menschen einfach überall mitgemacht haben bei diesen Demonstrationen, dass sie sich angeschlossen haben. Wer meinen Livestream in der letzten Woche auf dem Schlepper verfolgt hat, wird es mitbekommen haben, dass ein Rentner, sogar die Polizei, als wir an einem Bahngleis standen, an einer Bahnschranke warten mussten, gefragt hatte, ob er irgendwie mitteilen kann. Die waren sich irgendwie nicht so im Klaren darüber. Dann kam er zu uns, zum Traktor und fragte, ob wir denn mitfahren könnte. Und er hat sich dann bei uns mit in diese Kolonne mit eingereiht. Und das ist gut, das ist schön. Und das jetzt einem Beamten, nur wegen seines Berufsstandes, hier komplett zu unterbinden, das geht in dieser Richtung zu weit. Wenn er jetzt hingegangen wäre und wäre mit dem Feuerwehrauto irgendwie mitgefahren, hätte eine straßeblockierten Auffahrt, darüber könnten wir diskutieren und reden. Denn der Mann ist ein Mensch, wie jeder andere, und geht da an die Straße und applaudiert, weil er gerade Euphorie empfindet und es toll findet, wie die Bauern da langfahren. Sorry, aber das geht meiner Meinung nach ganz klar zu weit. Aber schreibt rein, was ihr davon haltet, abonniert den Kanal, danke, bis zum nächsten und ciao.